Oh ja, das sieht ja richtig gut aus. Julfa, ich habe eine richtig gute Idee für ein Video. Nee, lass mal stecken. Also mit dir will ich nicht spielen. Du bist ein richtiger Vollidiot. Wie? Du willst nicht mit mir aufnehmen? Ja, Freunde und Damen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freunde, heute müsst ihr unbedingt dranbleiben, denn wir spielen einfach extrem schlechte Spiele, Freunde. Wir erklären euch das gleich jetzt im Anschluss, Freunde. Bleibt auf jeden Fall dran, supportet das Ganze, lasst einen Daumen da, Leute. Und abonniert den Kanal kostenlos, falls ihr das noch nicht gemacht habt und jetzt neu seid. Es wird ultra, ultra lustig, zusammen mit dem guten Julfa. Und ja, Leute, wir gehen direkt einfach mal rein, würde ich sagen. Oh, Mist, ich bin schon eine Tür weitergegangen aus Versehen. Oha, das ist ja richtig kacke. Das wollte ich gar nicht machen. Es hat sogar nur einen Fahrstuhl, Mann. Okay, was spielen wir jetzt? Erzähl es bitte den Zuschauern. Wir spielen. Leute, wir spielen Roblox Doors, aber extrem schlecht. Also nicht nur schlecht, sondern es ist einfach extrem schlecht. Die unterste Schublade von Doors, die ihr euch nur vorstellen könnt. Es ist wirklich so schlecht. Ich habe gerade schon kurz reingeguckt. Ich habe gesagt, das müssen wir aufnehmen. Schon mal Doors, aber schlecht gespielt. Aber das hier ist halt wirklich noch eine Stufe schlimmer. Komm, wir gehen rein. Die unterste Schublade. Wir zeigen euch das jetzt mal. Leute, bevor ich mich umdrehe und euch das zeige, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und den von Rotox, wenn ihr mehr so Kram sehen wollt. Und das hier ist die Rezeption. Guck dir ihn an vor allem. Wer ist der überhaupt? Ich weiß es nicht. Sind das Baguettes als Arme? Ich weiß nicht, aber stimmt. Aber was hat denn der auf dem Kopf? Weiß ich nicht. Hä? Wir haben hier die Rezeption. Hier steht aber, sorry, wir sind geschlossen. Und hier auch. Hier ist auch irgendwas komisches. Leute, wir gehen jetzt durch die nächste Tür und das hier wird euch umhauen. Man kann für 19 Robux einfach bis zum Ende kippen. Komm mal kurz mit. Ich zeige dir noch was. Was hast du das gelesen? Komm mal her. Man kann für 14 Robux zweifache Geschwindigkeit kaufen. Guck mal, wie Robux... Guck mal, wie das geschrieben ist. Strong, Alter. Oh, richtig nice. Stimmt. Das ist hier. Hier steht einfach Robux. Okay. Oh, es flackert. Geh schnell in den Schrank. Ja, einfach reingehen, oder wie? Um nichts zu öffnen. Einfach reingehen. Hast du den gesehen, wie der aussah? Das war die Budgetversion von Rush. Ihm geht es gar nicht gut. Guck mal die Augen an. Schau mal, das sind einfach so Bilder. Einfach Bilder da eingefügt. Hier steht es schon wieder. Das ist schon hier. Oh Gott. Ey, guck mal, das sind ja Lego-Bäume. Fällt mir jetzt erst auf. Ja, stimmt. Hä? Oh Gott, was ist das denn jetzt? Komm mal hier rein. Hier kommt einfach so ein Boom-Sound-Effekt. Wo? Wo denn? Hier durch die nächste Tür. Ja, ich bin... Achso, durch die Schranktür, oder was? Achso, hier. Ja, hier rein. Okay. Kam er bei dir? Boom. Ja, da oben steht ja auch Boom. Ja, ja. Ist doch ganz logisch, oder? Ist doch ganz logisch. Alter, wie oft steht hier denn Skip to the End? Die wollen nur, dass man 19 Robux ausfiegt. Damit die Geld mit... Hier ist die Scheibe kaputt. Oh, guck mal, was ist da draus? Kann man da raus? Es regnet nicht. Weiß nicht, nee. Nee, kann man nicht. Es sieht so scheiße aus. Ja, und dann... Also, nee. Die Türen vor allem auch. Oh, hier steht. Es gibt keinen Ausweg. Oder doch? Wir finden es raus. Was? Was? Nee, warte. Hier steht... Es gibt einen Weg nach draußen. Den geheimen Bereich. Ein heller Part an der Wand. Hä? Wo? Ich weiß es nicht. Da oben. Nee, das ist eine Lampe. Echt? Bist du sicher? Weil das ist nämlich genau umgedreht. Ja, safe, oder? Ja, ich weiß nicht. Warte mal. Kann man da... Da kann man hoch? Da kommt man ja nicht hin. Hä? Nee, da kommt man nicht dran. Okay, warte. Ich glaube nicht, dass es das ist. Warte, wir gehen mal zurück. Ja. War hier nicht noch irgendwo was? Ey, wie schlecht ist das Spiel? Ey, aber was passiert jetzt, wenn wir zum Ende skippen? Dann sind wir einfach in einem Raum, oder wie? Hier ist... Ist das hier? Oh, hier, hier. Oh, er hat es gefunden. Oh, Secret Area. In den geheimen Bereich. Komm nicht näher, oder was Schlimmes wird passieren. Oh, ich will nicht. Okay. Oh. Oh, gratuliere. Herzlichen Glückwunsch. Ja, was heißt das jetzt? Hauptsache. Ja, jetzt. Ah, jetzt geht es einfach weiter. Aber gar nicht schlecht eigentlich. Gar nicht schlecht. Ja, es ist schon ganz cool gemacht. Es gibt zum Ende. Hier einfach ein Gigachat-Bild. Gigachat. Und hier dieses dämliche Poster. Live, love, love. Oh Gott, ey. Nein. Wo sind wir gelandet? Oh, guck mal, ganz viele Augen. Oh, kommt jetzt Sieg. Rigroll. Schau mal. Ja, du wirst auch noch gerigrollt. Oh mein Gott, ich kündige. Ja, jetzt kommt Save Sieg. Der sieht garantiert richtig schlimm aus. Ja, ich bin gespannt, ey. Run steht hier einfach. Okay, wir laufen. Er kommt. Ich kann ja gar nicht laufen. Er kommt. Du hoppelst wie so ein Hase. Das sieht voll komisch aus, ja. Ja, du aber auch. Aber es kommt doch gar keiner. Doch, hinter uns. Dreh dich mal um. Nee, ich kann nicht. Das ist einfach. Ich hab Angst. Ist das geil. Ist er hinter uns? Ja. Ich seh nix. Oh, was ist das? Eigentlich musst du drüber klettern. Nee, du kannst einfach vorbeilaufen. Er klettert drüber. Der Allerechte. Oh, wie sieht er aus? Oh Gott. Ja, schnell. Der hat nicht mal Augen. Schnell. Oh, er hat dich gleich. Oh mein Gott. Er ist viel. Das war das Ende, glaube ich. Er ist viel langsamer als wir. Flackern, flackern. Du musst in den Schrank. Oh, ja, ja, ja. Ich geh in den Schrank. Oh, hast du einen Dusel. Ist der schon vorbei? Weiß ich nicht. Okay, einfach weiter. Wir sehen halt auch gar nicht, welche Tür wir haben. Oder hast du mitgezählt? Nein, ich hab doch nicht mitgezählt. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo wir sind. Ach, das war's, oder was? I don't play again. Ist das ein Käse. Hä? Und wenn man da reinläuft, geht's echt... Warte mal. Ich hab das berührt. Ja, nee. Ich back... Ah, okay. Und jetzt? Hä? Nee, es ist ein anderes Spiel. Hä? Ja, das... Der... Okay. Das ist aber gar nicht schlecht. Ja, es ist ganz cool schon irgendwie. Der macht... Man wird ja einfach von vorne bis hinten gescammt. Hier steht jetzt, das wird langsam langweilig. Ja. Aber wie... Okay. Dieses Mal hast du wirklich gewonnen. Jeden Tag wird neuer Content hinzugefügt. Gernstlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Aber hier ist noch eine Tür. Ja, ich glaub dem irgendwie. Oh, man kann nicht durch. Okay. Aber das hier jetzt... Welche Batch muss dann mal an dem gewinnen? Oh, okay. Gratulation. Du hast gewonnen. Wir haben wirklich gewonnen. Oh, okay. Jetzt ist rausgegangen. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Ah. Okay. Ah, wie... Wie schlecht einfach. Ui. Ui. Er hat's reingeschafft. Ja, der Allerbeste. Denn wir haben noch ein weiteres, wirklich schlechtes Dors Game für euch, Leute. Das hier heißt Dors, aber lustig. Kann ja nur gut werden dann. Ja, safe. Komm, wollen wir einfach reingehen? Ja, direkt. Let's go. Wir gehen einfach rein. Oh, ein so schöner Raum. Aber man ist hier wenigstens schneller. Guck dir mal, die Schrank. Oh, aber ey, komm mal rein. Bist du dead? Ne, ich war auf dem Schrank oben. Da ist einfach ein Hund langgelaufen. Man kann durch die Türen gucken. Ja, guck dir mal die dicken Bälle an, die vor der Tür sind. Guck dir mal die Knaufe an. Oh. Hä? Was? Was ist denn das? Was ist denn das? Keine Ahnung, der fährt hier die ganze Zeit durch. Okay, komm, einfach weiter. Einfach weiter. Er kommt schon wieder. Au. Hä? Wenn das kommt, musst du von dem roten Teppich runter. Ah, okay. Okay, ich probiere es nochmal. Okay, ich bin hier jetzt in so einem langen Gang. Ich warte auf dich. Ich höre Musik. Oh, hier kommt. Ich bin tot. Ich auch. Hä? Hä? Was ist das? Ja, das war der Gang für Sieg. Wir haben zu lange am Eingang gestanden. Ach so. Okay, nochmal durch. Wir laufen nochmal hin. Ja. Jetzt müssen wir es ja. Da kommt einfach ein Trollface aus dem Boden hochgeplogen. So, und jetzt schnell laufen, laufen. Jetzt laufen, jetzt laufen. Da kommt mir jetzt gleich so ein Trollface aus dem Boden. Oder auch nicht. Ja, doch gleich. Warte. Da siehst du, jetzt kommt der. Jetzt. Ja, ich bin. Hä? 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 Bei mir glitscht das voll rum. Lauf schnell weg. Ja, bei mir glitscht das rum. Hä? Oh, warum ist denn der so? Oh Mann, ist der schnell. Hä, bei mir. Weiß ich nicht, was da bei dir los war. Oh Gott, ey. Einfach Zoomies gehabt. Der Hund kommt. Oh. Ne. Why? 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 Ja, das Spiel ist nicht funny. Nee, das ist ganz wild. Hä? Das war einfach The Rock. Er hat mich überfahren. The Rock hat dich überfahren? Ja, es war The Rock. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Das ist ganz weird. Ja, unspielbar das Ding. Richtig wilde Sache. Oh, ich bin jetzt hier in der Bibliothek, was eigentlich Level 50 ist. Ja, warte mal. Der Gegner ist eine Katze. Echt? Ich will das sehen. Du willst nicht wissen, wie die Katze aussieht. Beeil dich. Ey, warum? Schon wieder tot? Da, wo The Rock kommt, musst du einfach schnell durchlaufen durch den Raum. Ach so, nicht in den Schrank rein. Ach, du musst einfach auch runtergehen vom, von dem, von dem roten Teppich. Mehr musst du auch nicht machen. Ja, ja. So Doppeltür. Oh, da ist die Katze Hilfe. Ja. Was macht, was macht die denn? Die fährt einfach als hier hin und her. Okay. Oh, hier ist, hier ist, hier steht, ähm, Circle One Square Two Hexagon Three Star. Also, eins, hä? Circle ist eins, zwei, drei, vier. Nimm dir, warte, ich schreib mir das auf. Okay, schreib dir das auf. Sind das sechs Ecken? Ja. Also, Kreis ist eine drei. Der erste Zahl ist eine drei. Such das Viereck. Ja, ich such das Viereck. So, Viereck, Viereck, Viereck. Such das Viereck. Oh Gott, die Katze. Ich hab Hexagon, ist eine vier. Äh, Viereck, 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 Viereck. Wo bist du? Wo ist das Viereck? Viereck, ich hab das Viereck. Das Viereck. Viereck ist null. Jetzt den Stern. Such den Star. Wie du einfach, wie du einfach alle findest. Du bist einfach so gut. Bist du tot gerade? Nein, 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 nein. Oh, das war wer anders. Ich hab Angst bekommen. Der Stern ist eine acht. Komm schnell hoch. Ich hab den Code. Ja, ja. Drei, null, vier, acht. Ich hack das jetzt hier. Drei, null, vier, acht. Okay, pass auf, die Katze kommt. Pass auf, die Katze kommt. Pass auf. Die Tür ist offen, komm schnell. Ja, die Katze kommt aber. Komm, ich bin schon hier oben. Ja, 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 ja. Wie war der Code? Wie war der Code? Die Tür ist zu. Ja, wie war der Code? Ja, frech gehabt. Sag mir jetzt den Code, Mann. Drei, null, vier, acht. So, ich bin schon da. Ja, sehr gut. Okay. Ich hätte dich jetzt voll pranken können. Ja, ja, ist schon recht. Oh Gott, was passiert hier? Oh, oh, oh. Wie du, hä? Du bist einfach durch das Monster durchgelaufen. Es ist nichts passiert. Ich hab gar kein Monster gesehen. Ja, was ist denn mit dir? Da war keins bei mir. Doch, du bist voll durchgelaufen. Du bist einfach. Es war, bei mir wurde nichts angezeigt. Wirklich nicht. Wo bist du denn jetzt runtergefallen? Oh, wo sind wir jetzt wieder? Oh, Entschuldigung, ich hab ein bisschen Angst. Oh, hinter dir ist sie. Schnell. Oh, oh. Oh ja, blaue Sterne sind immer gut. Ja, immer zu den blauen Sternen. Ja, ich lauf dir einfach nach. Du bist der Allerbeste. Okay, hab's geschafft. Hab's geschafft. Oh, nice, nice, nice. Oh, schneller. Leute, knallt den Like-Button für diese Action hier. Oh Gott. Wo sind wir jetzt? What the fuck? Hä? Hä? Okay, wir haben den Hebel gezogen. Warte. Bei mir hat's nicht funktioniert. Doch jetzt. Schnell, hoch, hoch, hoch. Ich bin tot. Oh, nein. Nein. Warum? Nein, was? Das war das Ende, oder? Nein, nein, nein. Da gibt's noch einen Schalter. Warte, ich lauf zurück. Ich lauf zurück. Hier gibt's einen Schalter. Hä? Ja, und jetzt kann ich hier rein. Was ist denn da grad schiefgelaufen? Hä? Ich wurde von einem Erlebnis gekickt. GG. Echt? Ja, das Ende ist einfach nur. Hast du es geschafft, oder was? Ja, das Ende ist einfach nur. Du musst einfach nur auf diesen Stromkasten treten. Dann öffnet sich das. Und dann wirst du aus dem Spiel gekickt. Nein. Und das Einzige, was da danach steht, ist GG. Fehlercode 267. Nein, echt nett. Das beste Ending in jedem Game überhaupt, Alter. Quatsch. Warte. Verbindung getrennt. Ja. Du wurdest gekickt. Ja. GG. Einfach raus. Tschüss. Richtig bad. Let's go. Ey, wir haben es bis zur Wende geschafft. Wir alle echt ein Problem. Wir haben die schlechtesten Doors Games einfach bis zum Ende durchgespielt. Also, schlimmer wird es nicht. Nein, dann gar nicht. Aber richtig lustig. Toll nice. Ja, Freunde, das war es mit einer Folge von den schlechtesten Doors Games überhaupt, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da. Abonniert den Kanal kostenlos und unterstützt mich gerne. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschau. Musik